Die Reviews zu Dragon Age The Vanguard sind draußen und sie sind richtig gut ausgefallen. Wir sehen hier mal die Durchschnittswerte für die verschiedenen Plattformen gerade. PC 78, PS5 84, Xbox, das ist noch nicht durchgerechnet, weil da fehlen noch ein paar, aber wenn man die als Durchschnitt nimmt, die ersten drei, landet man über 90, passt bei 95 und zum Teil überschlagen sich die Reviews. Solche Sachen wie das beste Bioware-Spiel ever, das beste Spiel des Jahres, nicht nur Rollenspiel und ich möchte mit euch gemeinsam mal einschauen, was sagen die großen deutschen Webseiten dazu, was sagen die großen internationalen, was sind die Punkte, die gelobt werden, was sind die Punkte, die durchaus kritisiert werden und ganz am Ende nochmal meine Meinung, sowohl mein Eindruck, was ich mir vom Spiel erhoffe, was vorher meine Meinung war und wie ich jetzt weiter mit Dragon Age The Vanguard umgehen werde. Bevor wir aber damit richtig durchstarten, noch schnell ein paar Worte zu meinem Kooperationspartner Holy. Wir machen Energy Drinks, Hydration Drinks und Eistees, bin gerade hier auf der Webseite unterwegs und würde euch vor allem die Eistees empfehlen persönlich. Die mag ich am liebsten, die schmecken am natürlichsten. Allgemein sind die Drinks von Holy ja ohne künstlichen Aromastoff und ohne süßlichen Zucker und hier zum Beispiel mag ich sehr gern den Zitrone-Schwarzen Tee oder Apfelgrüner Tee oder auch hier Limette-Minze. Wenn man dann vielleicht sogar noch Sport macht, sind die Hydration Drinks echt gut. Das ist eine andere Kategorie, sieht man hier. Die sind auch ziemlich lecker. Die Energy Drinks haben die richtig abgefahrenen Sorten. Man sieht das hier schon. Imbere, Jusol, Kaktusfeige, Mango, Maracuja, Ananas, Citrus, Kalamansi. Ich weiß nicht mehr, was Kalamansi ist. Orange, Zitrone, Kokosnuss und so weiter. Ich habe noch nie viele Energy Drinks getrunken, deswegen ist das auch nicht ganz so mein Favorit, aber die Sorten sind ganz cool. Der Geschmack ist echt witzig. Aber ihr seht schon, dass es da eine Menge unterschiedlicher Sorten gibt. Deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr Holy noch gar nicht kennt und Neueinsteiger seid, hier direkt auf der Webseite, der Link ist unten in der Beschreibung und auch oben als Anmerkung, euch die Starter-Sets mal anzugucken. Da gibt es verschiedene, entweder so ein Deluxe-Starter-Set, wo von allem ein bisschen was drin ist oder von einer bestimmten Kategorie. Und wenn ihr dann beim Kauf noch meinen Code benutzt, Martin5, kriegt ihr 5 Euro Rabatt für alle Neukunden. Oder wenn ihr schon Kunde seid, könnt ihr Martin10 benutzen. Damit bekommt ihr 10% auf eure gesamte Bestellung. Fangen wir mit der größten deutschen Seite an, der GameStar. Und die nennt Dragon Age the Veilguard das beste Rollenspiel seit über 10 Jahren. Also, Entschuldigung, Bioware das beste Rollenspiel seit über 10 Jahren und nennen es die Rettung von Bioware. Am Anfang im Text geht es natürlich auch um die Kontroverse, dass natürlich viele Leute mich eingeschlossen jetzt vorher sehr skeptisch waren und wie man damit im Test am besten umgeht. Aber ich will mich gar nicht so viel mit vielen Meta-Sachen aufhalten. Wir können erst mal schauen, was die Wertung ist, 86. Wir schauen uns gleich noch den Wertungskasten an, wo einzelne Punkte aufgezählt werden. Aber ganz grob sagt der Test, das Spiel ist toll für euch, wenn ihr epische Fantasy, große Emotionen schätzt sowie eine abgeschlossene Story, actionreiches Rollenspiel, wie beispielsweise God of War oder Mars Effekt mögt und ihr Bock auf gute Laune und schicke Welten mitbringt. Man mag es vielleicht nicht so, wenn man auf einen geistigen Nachfolger zu Dragon Age Origins gewartet hat. Ich weiß nicht genau, wer das genau erwartet hat. Auch nach 2 und Inquisition dazwischen schon. Aber das kann man anscheinend nicht erwarten. Man darf ebenfalls nicht darauf hoffen, ähnlich viele Entscheidungen oder Rollenspiel-Einsätze zu finden, wie in Baldur's Gate 3. Das ist nicht auch interessant. Rollenspiel-Einsätze, also nicht nur diesen spezifischen Teil. Und auch, dass wenn man möchte, dass die Entscheidungen aus den Vorgängern mit berücksichtigt werden. Das wussten wir auch schon, dass aus 1 und 2 keine Entscheidungen berücksichtigt werden und aus Inquisition nur 3 Sachen. Dann gehen wir mal runter. Der Text ist recht umfangreich. Bei allen würde ich euch empfehlen, wenn ihr wirklich mehr wissen wollt, lest euch den Text selber durch. Das kann ich jetzt hier an dieser Stelle nicht leisten. Aber ich möchte euch eben einen Überblick geben mit den wichtigsten Pro- und Kontrapunkten. Und dann könnt ihr ja selber ein bisschen schauen, was für euch wichtig ist. Und die Fazitkästen in diesem Fall sind auch nochmal ganz interessant. Die habe ich mir auch schon durchgelesen. Fabian Uslenghi ist ja offensichtlich hier der Haupttester. Er geht am Anfang nochmal kurz auf Baldur's Gate 3 ein, dass das natürlich einen neuen Standard gesetzt hat. Und dass das vielleicht die Latte für The Whale Guard nochmal ein bisschen höher gesetzt hat. Aber gehen wir schon direkt zu Whale Guard. Nicht so viel über Baldur's Gate 3. Und ist Whale Guard jetzt so gut wie Baldur's Gate 3 oder so wichtig fürs Genre? Er sagt, nein, es ist kein Meisterwerk geworden, aber immer noch ein hervorragendes Rollenspiel. Das beste Dragon Age seit Origins und aus ganz anderen Gründen, als er am Anfang gedacht hat. Für Nostalgiker gibt es anscheinend viel zu kritisieren und auch abgelöst, also auch unabhängig von Nostalgie anscheinend. Aber wenn man es bis zum Ende spielt, erlebt man eine tolle Geschichte. Man hat die Begleiter, sich mit denen angefreundet und wundervolle Emotionen erlebt. Und muss dann wohl, seiner Aussage nach, ein Tränchen während des Abspanns aus dem Augenwinkel wischen. Der nächste Fazitkasten ist von Steffi Schlottak. Sie hat ja schon einen Artikel gemacht, dass sie das Gegnerdesign nicht so gerne mag. Das spricht sie hier auch nochmal an. Und noch ein paar andere Kritikpunkte. Zum Beispiel, dass sie oft zu viel los war in den Actionkämpfen. Etwas, was ich auch vermutet habe. Ich habe es ja selber immer noch nicht gespielt. Ganz wichtig, wenn ich hier meine Meinung äußere, die Meinung basiert auf den zahlreichen Gameplay-Trailern, auf den anderen Trailern, aus den Gameplay-Ausschnitten, die man bis jetzt so gesehen hat. Da gab es inzwischen einiges zu sehen. Und danach fand ich auch, dass das oft überladen wurde, zu actionreich und zu hibbelig. Das ist auch das, was sie sagt. Manche Kämpfe waren eher Qual als Vergnügen. Passiert zu viel auf einmal. Weder die Augen noch die Hände kommen da richtig mit. Aber all diese Kritikpunkte waren nach kürzester Zeit ihr völlig egal. Die Story reißt sie mit. Die Schauplätze bringen sie zum Staunen. Die Begleiterinnen und Begleiter sind allesamt fantastisch. Und sie will ja gar nicht mehr aufhören. Sie hat in der ersten Woche neben der Arbeit noch 60 Stunden in das Rollenspiel gespielt. Respekt, es sind fast 10 Stunden am Tag. Und es begeistert. Und es haben nur ganz wenige Spiele bei ihr geschafft. Chefredakteur Heiko Klinge sagt, dass Weigert ihn eiskalt hinters Licht geführt hat. Weil das Spiel halt nach einem modernen Action-Blockbuster aussieht. Aber im Kern ein altmodisches Rollenspielerlebnis bietet. Und zwar so sehr, dass er sich halt wie mit Nostalgiebrille fühlt. Also die Kämpfe klammert er explizit aus, weil die sehr, sehr actionlastig sind. Das hat ihren Maßeffekt schon nicht gestört. Und deswegen findet er es hier auch okay. Obwohl die für mich persönlich ehrlich gesagt nicht wirklich vergleichbar aussehen. Aber okay. Er sagt, von dem taktischen Anspruch, also es sieht zwar wild und actionreich aus, aber der taktische Anspruch ist mindestens auf Augenhöhe mit Teil 2 und Inquisition. Und vielleicht sogar eher höher, also praktisch das zweitaktisch anspruchsvollste Spiel der Reihe nach Dragon Age Origins. Und außerdem fühlt es sich allgemein sehr viel an 2009, also an Dragon Age Origins erinnert. Er sagt, dazu zählt der schlauchige Aufbau der einzelnen Areale, wie sich die Spielwelt langsam öffnet und man wieder immer in bereits besuchte Gebiete zurückkehrt. Die ganze Mischung aus Dialogen, Erkunden, Rätseln und Kämpfen und die Romanzen mit den Geschenken. Und dass man die Systeme, die das Spiel bereitstellt, sehr gut lesen kann. Dabei meint er das tatsächlich nicht nur positiv, dass er sich so an alte Zeiten erinnert fühlt, weil zum Beispiel The Witcher 3 inzwischen gezeigt hat, wie man auch eine Semi-Open World sozusagen bieten kann, ohne dass man sich da verläuft oder Geschichte darunter leidet. Dass Baldur's Gate 3 gezeigt hat, dass eben die maximale Entscheidungsfreiheit, das großartige Storytelling, dass sich das nicht ausschließt, dass man immer eine gute Geschichte erzählen kann, auch wenn man selber ganz viel das beeinflussen kann. Und im Vergleich dazu wirkt Vellgard fast schon rückständig, also nicht wirklich rückständig, aber fast schon. Und trotz dieser Kritikpunkte, oder kleinen Kritik, die er genannt hat, freut er sich jeden Feierabend auf neue Abenteuer und lässt alle anderen Spiele links liegen. Er sagt auch mal, dass Vellgard in vielerlei Hinsicht, also nicht nur, das ist wahrscheinlich dann auch ein zentrales Element, wie auf Schienen verläuft, aber die Schienen sind eben schick und spektakulär. Das ist eine tolle Gefühlsachterbahn, die ihn einfach mitreißt. Und das sieht toll aus, das klingt toll, es fühlt sich toll an. Und er meint, Bioware schafft es tatsächlich, zurück zu alter Stärke zu finden. Also alte Stärke, da muss man natürlich an sowas wie Baldur's Gate denken, an Mass Effect, an Dragon Age Origins. Da findet es zurück. Ihr schreibt ja nochmal genau, zitiert genau Origins und Mass Effect. Und die Punkte, die das hat machen, sind herausragend inszeniertes Storytelling, was mir persönlich auch sehr wichtig ist. Spielerisch macht es irgendwie nicht viel Neues. Das sollen andere Spiele machen. Und in der Summe ist es nicht ganz ein Meisterwerk, aber ein deutlich besseres und nostalgischeres, vor allem Rollenspielerlebnis, als er es persönlich für möglich gehalten hätte. Ich fände immer ein bisschen diese kleine Diskrepanz, die mir nur persönlich direkt auffällt. Ich kann es wirklich, wie gesagt, selber noch nicht beurteilen. Aber er sagt halt, Bioware schafft es zurück zu alter Stärke zu finden. Und wenn Bioware alte Stärke erreicht, sind das für mich halt Meisterwerke, weil sie haben so viele Meisterwerke geschafft. Und hier ist es anscheinend einen Tick drunter. Oder sie gehen zumindest in die Richtung, ist das, was ich persönlich herauslese. Der kritischste Bericht oder das kritischste Fazit kommt von Natalie Schermann an der Stelle. Sie sagt, dass der Vailguard es ihr nicht einfach macht. Die Vorgänger hat sie selber erst vor kurzem nachgeholt, innerhalb von drei Monaten dann aber, alle zusammen. Und sie hatte dann Vorfreude auf der Vailguard, aber trotzdem hat das Spiel es in den ersten Stunden nicht geschafft, sie zu packen. Die Kämpfe mit der Magierin haben ja sehr, sehr viel Spaß gemacht, oder unglaublich viel Spaß. Vor allem, weil man es gut zwischen Nah- und Fernkampf wechseln kann, weil man ständig neue Spells und Feuerwerke ausprobieren kann. Die Landschaften findet sie traumhaft schön. Und es sind natürlich schöne Rätsel drin, die ihr richtig Spaß machen. Aber, und das finde ich persönlich sehr kritisch, weil das persönlich auch in anderen Sachen noch nicht so vorkam, dass das eine gute Sache ist, also richtig toll, sagt sie, dass die Story und die Charaktere sie lange kalt lassen. Das ist eine Befürchtung, die ich bei mir persönlich auch habe. Mal schauen, was wir gleich noch in anderen Tests lesen zusammen. Das Pacing ist für sie am Anfang zu langsam, zieht sich wie Kaugummi. Man muss die einzelnen Gefährten der Reihe nach aufsuchen und zusammentrommeln. Und das Rollenspiel verlässt sich anscheinend zu sehr darauf, dass man sie direkt ins Herz schließt und erarbeitet sich das nach ihrer Meinung nicht so sehr. Deswegen fällt es ihr schwer, eben so eine Verbindung zu den Begleitern aufzubauen, weil belanglose und teils deplatzierte Dialoge davon ablenken, dass es eben auch eine Sache, die ich persönlich befürchtet habe, aus den Trailern, wo die Dialoge und das Writing mich nicht so überzeugt haben. Das spricht sie ihr nochmal an. Und das hat sie davon abgehalten, sich ernsthaft mit der Gruppe auseinanderzusetzen. Auch der Humor trifft nicht immer ihren Geschmack. Und sie erwischt sich dann immer dabei, wie sie die Augen verdreht. Bei Humor ist mir immer so ein bisschen eingefallen, ich hatte immer so dieses Marvel-Feeling. Und das ist jetzt eigentlich nichts Schlechtes. Ich mag die meisten Marvel-Filme. Und Guardians of the Galaxy finde ich super witzig. Aber es passt nicht überall. Und irgendwann war ich auch ein bisschen davon übersättigt. Man hat es zu vielen Filmen und auch in Spielen gesehen. Ich würde vermuten, dass dieser Humor damit gemeint ist. Und tatsächlich verdrehe ich da auch immer ein bisschen die Augen mehr. Aber dann wendet sich das Blatt bei ihr. Weil nach einer Weile zieht die Vegard richtig an. Die Hauptstory dreht voll auf, schlägt ganz andere Töne an. Und damit vermute ich, dass sie düsterer wird, weil vorher ist sie ja sehr bunt in den Trailern. Das habe ich auch schon gehört, dass es dann durchaus sich ein bisschen ändert. Das war in den Anspielevents eher nicht der Fall. Da war auch dann angemerkt, dass das Düstere ein bisschen fehlt. Aber wenn das andere Töne anschlägt, passiert das vielleicht nach einer Weile. Die Begleitergeschichten werden intimer, lebendiger, fesselnder. Und dann, sagt sie, fühlt sich das Rollenspiel nach dem an, was sie sich von der Fortsetzung erhofft oder erwartet hat. Man soll nicht denselben Fehler machen wie sie. Man soll sich am Anfang nicht zu lange mit Nebenquests und der Welt-Absetzer-Story aufhalten. Es gibt der Weigert ein wenig Zeit, sich zu entfalten, denn das lohnt sich. Dieser Punkt bleibt nochmal interessant. Mit den Nebenquests und der Welt-Absetzer-Story, weil das ist ein anderer Test, der genau das auch nochmal aufgreift, was auch relativ wichtig für mich ist. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass anscheinend die Nebenquests nicht so doll sind und die Welt-Absetzer-Story kann man verschmerzen, wenn die Story wirklich toll ist. Wenn die mich durchzieht und ich das vorher weiß, dass die Nebenquests mir nichts bedeuten, dann kann ich die ignorieren. Für manche ist das schade, manche haben diesen Anspruch und wollen gern 100% von dem Spiel machen und dann hast du vielleicht ein Problem wie bei Inquisition oder wie bei dem Mass Effect Andromeda, wo gerade der Side-Contest richtig schlecht war, dass das ganze Spiel nach unten gezogen hat. Ganz so scheint es ja nicht zu sein, aber anscheinend ist die Qualität etwas niedriger. Die Gesamtwertung ist 86%. Ein völlig neues Dragon Age mit einigen Wenn und Aber, doch vor allem erzählerisch auf einem ganz hohen Niveau. Das sind schon eine kleine Getriegpunkte, aber insgesamt nämlich 86. Wir gucken uns mal die einzelnen Punkte an. Die anderen Tests mache ich übrigens nicht ganz so im Detail. Der GameStar-Test ist schon sehr detailliert und hat auch diese Aufschlüsselung, was das ein bisschen interessanter macht und vor allem, wenn wir nachher die ganzen anderen Tests damit vergleichen. Die Präsentation, fünf Punkte, grandioser Look, erstklassige Inzidazifische Sequenzen, fulminanter Soundtrack, zum Niederkenien schöne Umgebungen und die Haare sind anscheinend gut gelungen. Das Spieldesign und das finde ich persönlich sehr kritisch, weil ich glaube, das Spieldesign und Story sind für mich die beiden wichtigsten Punkte und Spieldesign hat jetzt nur drei bekommen. Die Actionkämpfe zwiebeln angemessen rein, okay. Items, Skills und Gefährten erlauben Bildexperimente, sehr guter Spielfluss mit schönem Tempo, viel Rätseln und Sammeln, wenig Entscheidungen, finde ich auch ein bisschen schade. Begleiter fühlen sich abseits von Dialogen zu mechanisch an. Die Balance ist auch drei von fünf. Man kann den Schwierigkeitsgrad anscheinend komplett frei einstellen. Auf hohem Schwierigkeitsgrad muss man viel taktieren. Es gibt motivierende Loot und Aufwertungssysteme. Die Balance wird von Statistiken getrieben und sterbliche Begleiter. Das klingt alles für mich völlig okay. Also ob es in drei von fünf oder fünf von fünf steht. Die Punkte passen für mich. Story, Atmosphäre, vier von fünf. Tolle Geschichte voller Epik und Emotionen. Da bin ich irgendwie immer noch skeptisch. Bin ich mal sehr gespannt, wirklich. Ich werde das Spiel auch spielen. Ich bin inzwischen so neugierig auf das Game, dass das so mit den Previews und jetzt auch mit den Tests so von meiner, nicht unbedingt Erwartung, aber von meinem Bauchgefühl bisher abweicht. Finde ich so spannend, dass ich das selber ausprobieren möchte. Also das schaffen die Tests gerade, dass ich, nachdem ich nicht ganz sicher war, das auf jeden Fall machen werde. Also es ist episch und emotionsvoll. Die Areale sind abwechslungsreich für die Atmosphäre. Glaubwürdige Begleiter, was ich sehr wichtig finde. Okay, und Gespräche. Wenn das so stimmt, ist das für mich unglaublich wichtig. Einer der wichtigsten Punkte in einem Rollenspiel. Bittere Konsequenzen, einige große Entscheidungen. Das klingt auch sehr toll. Wenig Entscheidungen, aber große Entscheidungen mit bitteren Konsequenzen. Das kann das ein bisschen ausgleichen, dass es vielleicht nicht so viele gibt. Rook ist vergleichsweise festgefahren, also der eigene Charakter. Sollte ja eigentlich der Vorteil sein, bei einem Charakter, der nicht so definiert ist, dass man da relativ viel selber entscheiden und machen kann und den selber ausgestalten. Scheint hier aber etwas anders zu sein. Das Letzte ist der Umfang. Mit Nebenaufgaben über 100 Stunden Spielzeit. Ich habe in anderen Tests gelesen, dass sich das so in dem Bereich 50, 60 Stunden für normales Durchspielen bewegt. Das heißt, dann wären mit Nebenaufgaben noch mal 40, 45 Stunden dazu, was relativ viel wäre. Und wenn die dann wirklich, wie Nathalie sagt, nicht so interessant sind, würde ich die persönlich wahrscheinlich einfach zum größten Teil nicht machen. Ich werde die mal alle ausprobieren. Aber wenn ich dann merke, okay, das ist schon die dritte Quest, nach der gleichen Machart lasse ich das wahrscheinlich. Obwohl das problematisch werden kann. Das sehen wir gleich im anderen Test noch. Oder sagt zumindest ein Test. Ob das stimmt, werden wir sehen. Jeder Begleiter hat noch eine umfassende Geschichte. Jeder Talentbaum hat haufenweise Skills. Es gibt alternative Routen, die den Wiederspielwert erhöhen. Und insgesamt ist es einfach sehr rund und vollständig. Ja, und das ist der Test von der GameStar. Wir gucken mal ganz kurz in den Test von der GamePro rein, weil das auch andere Redakteure sind, die das gemacht haben und die dann durchaus miteinander sprechen und so gucken, wie ihre Eindrücke sind. Aber das sind eigenständige Personen, eigenständige Einschätzungen. Und deswegen ist dann auch interessant zu sehen, was die GamePro hier wertet. Das Erste ist erstmal, dass sie sagen, Veigard ist durch und durch ein Dragon Age. Auch hier wird der holprige Start erwähnt, aber dann wird das zu einer fantastischen Story. Und es ist das Spiel des Jahres für Elin Reinke. Und da würde ich euch auch dann wieder empfehlen, den Test selber zu lesen, wenn ihr die ganzen Details wissen wollt, wie immer. Wir schauen aber mal ganz kurz hier auf einer Seite das an, damit wir uns das genau, die wichtigen Punkte anschauen können, was jetzt an dieser Stelle das Interessante ist. Okay, das hat nicht geklappt, egal. Beim Fazit sagt sie dann, dass sie ein Fan der alten Dragon Age und Mass Effect Spiele ist und dass die ersten Stunden ziemlich enttäuschend waren. Und zwar liegt das an den Companions. Das Writing war nicht gut oder nicht so gut, wie sie es von der Reihe gewohnt war. Und egal, wie viel Spaß sie in den Kämpfen der Erkundung hatte, war das etwas, was sie da gestört hat. Und sie hat sich dann schon gefragt, ob BioWare das verloren hat, was die Spiele für sie bis jetzt besonders gemacht hat. Aber ab dem zweiten Drittel war sie umso glücklicher, weil sie dann vom Gegenteil überzeugt wurde. Die Story wurde düsterer und auch episch und sie wird die noch lange im Gedächtnis behalten. Sie hat Entscheidungen viele Stunden vorher getroffen, hatte sie teilweise schon halb vergessen. Und dann wurden die hinterher noch mal rausgekramt, haben den Verlauf einer Mission geändert und andere Konsequenzen gehabt. Die haben auch die bitteren Konsequenzen schon im GameStar-Test eben gelesen. Der Punkt lenkt sich aber dann auch wieder mit den Sachen von Nathalie, dass der Anfang ein bisschen zäh ist, dass die Companions mit denen erst warm werden muss, weil sie nicht so gut geschrieben sind. Ganz interessant. Stefan und Samara, was sagen die? Auch er erwähnt wieder, dass sowohl die Gefährten als auch die Hauptstory etwas braucht, bis sie in Fahrt kommen. Aber dann ist sie fantastisch. So total ein Schwung hat ihn dann bis morgens um vier an den Bildschirmen gefesselt. Ein paar der Twists hat er immer noch nicht verdaut. Er kann es kaum erwarten zu schauen, was Bioware in Zukunft noch macht. Und auch Samara sagt, dass die Story sie über Stunden kaum gepackt hat. Die neuen Companions waren überhaupt nicht greifbar. Die Dialoge waren platt. Und da muss ich sagen, ich mache mir echt Sorgen. Was Samara, was Stefan, was Elin hier sagen und was auch Nathalie bei der GameStar gesagt hat. Ich hoffe, das zieht sich nicht zu lange hin. Wenn sie teilweise von dem ersten Drittel sprechen, das erste Drittel wäre nicht, wie man spielt, irgendwas zwischen 20 und 30 Stunden. Und wenn Dragon Age the Veiga den ersten 20 bis 30 Stunden nicht zu packen weiß, gut, ich bin jetzt ein bisschen vorgewarnt, vielleicht beiße ich mich da durch. Aber das ist natürlich schon schade, wenn man da wirklich von Stunden und Drittel spricht, wo das Spiel noch ein bisschen braucht. Andererseits, ja gut, der Test weist mich jetzt drauf hin. Ich weiß das. Und ich habe jetzt ja vor, Dragon Age the Veiga zu spielen. Und mit diesem Wissen werde ich mich durchbeißen. Weil zum Beispiel, wenn das nicht so erwähnt worden wäre, dass der Anfang so zäh ist und leider anscheinend nicht gut geschrieben und platt und was hier alles genannt wird, dann muss ich ehrlich sagen, hätte es gut sein können, dass ich nach 15 oder 15 Stunden einfach aufhöre und sage, warum soll das noch besser werden? Wenn ein Rollenspiel nach 15 Stunden immer noch die Companions nicht so spannend sind oder platt geschrieben, dann wird es nicht mehr besser werden. Aber hier wird genau das versprochen. Bin ich mal gespannt. Ansonsten, abgesehen davon, findet sie das super hübsch. Sie sagt, über das Gameplay muss man gar nicht reden. Damit meint sie, es ist halt so gut. Es ist ein fantastisch designtes Action-Rollenspiel. Spaßige Kämpfe, kurzweilige Belohnung. Aber auch das Storytelling ist das wirklich Gute. Und da hat sie gedacht, da müsste sie ihre Erwartungen gewaltig zurückschrauben. Und da hat die Geschichte richtig Fahrt aufgenommen. Oder eine Nebenmission, sagt sie. Eine Nebenmission hat sie so weggeblasen, dass sie den Controller weglegen und alles verarbeiten musste. Und danach, ab diesem Punkt, war dann alles super. Die What-the-Fuck-Momente, die sie als Veteranin der Serie hatte, einige der besten Quests der Seriengeschichte. Einige Szenen, die auch ohne Fanbrille einfach unfassbar episch waren. Die Companions waren dann auch richtig lebendig, hatten viele Redebedarf und spannende eigene Quests. Zwar ist das Line-Up insgesamt nicht ihr liebstes der Reihe. Nicht jede Figur ist gleich gut geschrieben. Aber insgesamt ist Veigard in einigen Aspekten so stark wie noch kein anderes Dragon Age zuvor. Und macht ihr halt richtig, richtig Spaß. Zuletzt sagt Kevin, dass als er die ersten Trailer zu Veigard gesehen hat, war er fassungslos, war der Unverständnis, pure Enttäuschung. Er spiegelt auch noch mal hier das Wider, was viele von uns gefühlt haben. Greift das noch mal bewusst auf, natürlich um dieses Sentiment wieder zu spiegeln, aber auch um den Gegensatz dann aufzumachen. Er fand weder den Look noch die Stimmung toll. Wegen der letzten BioWare-Spiele war er eh schon sehr skeptisch. Und dann durfte er Anfang September zum ersten Mal selber spielen und war direkt positiv überrascht oder äußerst positiv überrascht. Nicht nur richtig viel Spaß, sondern auch klassisches Dragon Age mit drin. Und jetzt sagt er, die Vollversion hält, was das Anspiel-Event damals versprochen hat. Als Fan der Alten kann er kaum glücklicher sein. Okay, er sagt, der Look ist immer noch gewöhnungsbedürftig. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, bekommt nicht nur ein sehr gutes Action-Rollenspiel, sondern ein fantastisches Dragon Age. Eine spannende Story, liebenswerte Companions, unglaublich spaßiges Gameplay. Und er will jetzt direkt weiterspielen. Und dann gucken wir uns auch mal direkt die Wertung der GamePro an. 92 Prozent. 92 Prozent. Das ist meine Aussage. Präsentation 5 von 5, Spieldesign durch die einzelnen Kameraprobleme, anscheinend nur 4 von 5, Balance 5 von 5, Story an Atmosphäre nur 3 von 5. Auch hier wieder, dass man den Rook irgendwie nicht groß selber bestimmen kann. Das braucht zu lange, deutlich zu lange, um endlich richtig durchzustarten. Das sind die Minuspunkte. Aber davon abgesehen, tolle Charaktere, tolle Entscheidungen, ein Lorefest, der Umfang. Okay, hier wird noch, glaube ich, gesagt, 40 Stunden für die Hauptstory. Wenn man das mit Informationen von der GameStar zusammennimmt, sind wir bei 60 Stunden für die Nebenquests. Erkunden lohnt sich. Kein überflüssiger Sammelkram. Okay. Viele interessante Nebenmissionen. Das klingt ja auch anders, teilweise als im GameStar-Test. Und hoher Wiederspielwert dank den Entscheidungen. Und die 92 haben mich doch ein bisschen überrascht. Deswegen möchte ich mal kurz gucken, was die GamePro so im Wertungsumfeld hat, um das ungefähr einstufen zu können. 97 für GTA 5 und Baldur's Gate 3. Red Dead Redemption 96. God of War 2 95. Bisschen älter, bisschen von den aktuellen. Breath of the Wild. Okay, es ist fast auf einem Niveau mit Legend of Zelda und Cyberpunk knapp da drunter. Was haben wir denn direkt bei der 92? Okay, Resident Evil 4 94. Diablo 4 86. Hm, ist dann doch nicht so nach Wertung sortiert eigentlich. Okay, gibt's noch ein paar Probleme. Aber für den ersten Eindruck war das, glaub ich mal, gar nicht so schlecht. Ni No Kuni, das sind auch ein bisschen ältere Games natürlich. Astro Bot hatte 94 bekommen. Oh, nur so, in Anführungszeichen. Das wurde ja so durch die Bank gefeiert. Zwei Punkte mehr als ein Dragon Age of Agard. Das ist schon eine Aussage. Das ist nicht so richtig mein Genre. Ich hab da nicht so richtig Bock drauf, deswegen spiel ich das nicht. Aber nach allem, was man hört, ist das ja ein absolut fantastisches Spiel. Astro Bot, und das ist auch vom Zeitpunkt vergleichbar. Das ist immer doch schon halt auch eine gewisse Aussagekraft. Und da ist praktisch The Vale Guard fast dran. Und hier so zwei, zumindest ein Rollenspiel und ein paar Rollenspielkollegen als Einschätzung vielleicht ganz hilfreich. Für die GamePro, für die Testerin Elin, auf jeden Fall das Spiel des Jahres. Genauso ist es das Spiel des Jahres für Matthias Dammes von der PC Games. Und er nennt sich einen Dragon Age Fan, was ja durchaus relevant ist für viele, die da auch vielleicht aus dieser Ecke kommen und sich von jemandem, der ebenfalls ein Dragon Age Fan ist, sich eine entsprechende Einschätzung erhoffen. Am Ende gibt die PC Games neun von zehn. Und er hat hier in dem Test durchaus einige Kritikpunkte. Also solche Action und Taktik. Also er mag die Kämpfe, die verschmelzen gut, Technik gut, Soundtracks so lala und ein paar andere Sachen ihm nicht so richtig gefallen. Aber dann sagt er, am Ende hat das seine Freude am Spiel nicht wirklich getrübt. Er hat im Grunde mit dem Spiel genau das bekommen, was er sich erhofft hat als Nachfolger zu Inquisition. Eine epische Geschichte über Elfengötter, das Ende der Welt und die wenig beleuchtete Nation im Norden von Thedas. Einen wunderbaren Cast von Gefährten, die ihm alle ans Herz gewagt sind, auf ihre Art und Weise. Das alles eingebettet in die gleiche Liebe zum Detail, die schon Inquisition zu einem seiner absoluten Lieblingsspiele gemacht hat. Und dann die neue Lore, die in der Welt versteckt ist, also über die Welt und auch über die Völker. Und er ist da drin so richtig aufgegangen. Er hat rund 65 Stunden gespielt und er hat dann alles gemacht, was die Welt zu bieten hat. Das widerspricht sich natürlich auch wieder ein bisschen mit den 100 Stunden von der GameStar. Aber so Spielezeiten variieren auch wild. Das ist bei mir auch so. Ich spiele auch meistens länger als andere Leute. Deswegen, wenn er vielleicht in 65 Stunden durch ist, brauche ich da vielleicht 80 oder 90 für. Aber er hat in den 65 Stunden alles gemacht. Und dann würde ich dann davon wieder ausgehen, dass er vielleicht für die Hauptquests irgendwas zwischen 35 und 40 gebraucht hat und dann auch bei den anderen Sachen ein bisschen schneller war. Und er hat direkt schon wieder einen neuen Durchgang angefangen, weil er einfach nicht will, dass es schon vorbei ist und dass er die alternativen Entscheidungen unbedingt noch ausprobieren möchte. Insgesamt 9 von 10, wie gesagt, für den PC, aber auch für die PS5. Ein fantastisches Rollenspiel mit actionreichen Kämpfen, viel Erkundungspotenzial, tollen Charakteren, unfassbar viel Lore und epischen Geschichten. Giga sagt ebenfalls, willkommen zurück, BioWare. Wir stellen am Ende, am Anfang die Frage, ob Entwickler BioWare es geschafft hat, ein erfolgreiches Comeback hinzulegen. Aber sie antworten das natürlich hier schon im Titel. Ja, das Fazit von Colin Simoncelli ist, dass Technik und Optik im neuen Jahrzehnt angekommen sind, genauso wie die Geschichten der Charaktere, die Dynamik, wie das erzählt ist. Auch für die Romantiker unter uns ist das Spiel sehr gut geeignet. Gucken wir uns mal die wichtigsten Plus- und Minuspunkte an. Immersive und visuell aufregende Städte und Welten mit grafischen Upgrades. Die Liebe hat keine Grenzen. Jeder Begleiter kann eine Beziehung mit Rook eingehen. Die Geschichte knüpft nahtlos an die Vorgänge an. Ihr habt direkten Einfluss auf eure Umwelt. Neues Item und Kampfsystem. Die Minuspunkte sind die deutschen Untertitel, sind stellweise gespickt mit Fehlern. Das ist natürlich schade. Quests können einem sehr repetitiven Muster folgen. Das finde ich wieder ein bisschen schwierig, weil sehr repetitiv. Quests sind für mich mit das Wichtigste in einem Rollenspiel. Und sehr repetitiv klingt nicht so gut. Die Welt wirkt zerstückelt, ist schlussendlich nicht so offen, wie man es sich wünschen würde. Ich brauche nicht zwangsläufig eine offene Welt. Das ist die Frage, wie gut sich die einzelnen Level anfühlen. Das kann man hieraus nicht lesen. Und der Spieler wird stark an die Hand genommen, was für manch ein positiver Punkt sein kann. Für sie hat sie das Spielerlebnis leicht gemindert. Okay, muss man auch gucken, wie sehr man das vielleicht auch ausschalten kann. Aber insgesamt der 9,3 von 10. Also auch eine absolut hervorragende, fantastische Bewertung von Giga an dieser Stelle. Eurogamer gibt 5 von 5 Sternen. Und sie sagen, dass BioWare schafft die Serie in die Gegenwart zu holen. Tolle Technik, ausgezeichnete Spielbarkeit, gelungene Story und Charaktere und vor allem ein fantastischer Actionkampf. Und zusammen ergeben die jetzt ein herausragendes, modernes Rollenspiel. Auch hier lohnt sich dann ein Blick auf die Pro- und Kontrapunkte. Also 5 von 5. Perfekte Wertung im Prinzip. BioWare macht das, was sie am besten können. NPC-Freunde einsammeln und die Welt retten. Tatsächlich sind die Begleiter in BioWare-Spielen immer sehr, sehr wichtig. Also wenn die gut geschrieben sind, Spaß machen. Was ja durchaus aber auch schon mit Kritik bedacht wurde in den vorherigen Tests. Das hat gerade am Anfang zu lange dauert und man sich damit nicht so richtig anfreunden kann am Anfang. Aber das soll hier gut gelungen sein. Solide, unterhaltsame Story. Solide Story ist auch schon wieder so ein bisschen solide, unterhaltsam sind halt so für mich sowas wie 3 von 5. Zumindest in dem Bereich. Mit genug kleinen Wendungen. Viele gelungene Haupt- und Nebenquests. Und keine Inquisition-Sammelquests. Okay, das ist natürlich wirklich wichtig. Weil das war Inquisition ganz, ganz mies. Auch teilweise in Mass Effect Andromeda. Zahlreiche fantastische aussehende Orte, die endlich einen echten Eindruck der Dragon Age-Welt geben. Klingt ja auch gut. Fantastisch. Schnelles, ausgezeichnetes, spielbares und vielseitiges Kampfsystem, das sich immer mehr erweitert. Anspruchsvolle Schwierigkeitsgrad, ohne unfair zu sein. Spannende Bosskämpfe. Die einzelnen Areale sind nicht zu groß und teilweise schön verwinkelt und vertikal was zur Erkundung einlädt. Das meinte ich halt, ich brauche nicht unbedingt eine Open World, wenn die einzelnen Areale dafür schön sind. Und das ist zumindest das, was hier genannt wird. Waffen und Loot verbessern die Werte zwar kontinuierlich, aber es gibt sehr wenig aufregendes Loot, das einen echten Sprung von Zeit zu Zeit bringt. Und Neulinge werden ins kalte Wasser geworfen. Die Spielewelt ist komplex und setzt Wissen voraus aus den Vorgängern. Und man wird trotzdem Probleme spielen können, aber inhaltlich wird es hier und da Fragen geben. Also, vorher wurde ja gesagt, dass man in die Hand genommen wird, aber es bezieht sich wahrscheinlich auf die Gameplay-Sachen, während man von den Wissenssachen anscheinend da gefordert wird. Aber das finde ich auch durchaus okay bei dem vierten Teil von der Serie. Das ist immer gut, wenn man so eine Balance schafft. Ich habe darüber nachgedacht, dass man schon neue Spiele natürlich irgendwie erreicht, dass sie es gut spielen können, aber auch Verweise, Rückbezüge, Anspielung und so weiter hat und auch bei manchen Orten einfach sozusagen manchmal auch voraussetzt, vielleicht, dass man was weiß. Diese Mischung zu finden ist nicht mehr ganz einfach, aber das finde ich durchaus, dass man das machen kann. Das nächste ist die englische Eurogamer-Seite. Wir haben auch noch ein paar deutsche Reviews, aber ich wollte jetzt einfach mal bei Eurogamer bleiben. Und die sagen, das ist das beste, oder der Autor sagt das, Robert Purchase, das beste Bioware-Spiel, das er jemals gespielt hat. Er sagt, das ist das beste Dragon Age und auch das beste Bioware-Spiel, das er jemals gespielt hat. Ein unglaubliches Spektakel ist das Ganze. Konsequenzerweise hat er natürlich auch 5 von 5 Punkten gegeben. Wenn du sagst, das ist das beste Bioware-Spiel aller Zeiten, dann kannst du natürlich nur 5 von 5 geben, weil Bioware hat absolute Klassiker der Rollenspielwelt hervorgebracht, die halt noch Jahrzehnte später hervorragende Rollenspiele sind. Und wenn es vielleicht das Beste ist, was es je gab, dann sollte es auch 5 von 5 bekommen, auf jeden Fall. Der Test ist im Prinzip ein einziges Abgefeiert. Das Fazit nochmal, dass, ja, ja, also nach dem Druck, den der Bioware gespült hat wohl, nach 10 Jahren seit Dragon Age Inquisition, ist es einfach außergewöhnlich, was sie jetzt abgeliefert haben, vom Kopf bis zum Fuß, von rechts nach links, ja, Flügelspitze zu Flügelspitze. Es ist einfach ein exquisites, umgesetztes Spiel. Es ist in seinen Systemen, in seinem Storytelling absolut, ja, auf Top-Niveau. Es ist nett, es heißt dich willkommen, es ist lustig, es ist hoffnungsfroh, es ist, es nimmt dich, na, an die Hand nett, es ist episch und das wird nicht nur die Standards für Bioware in den zukünftigen Jahren setzen, sondern für Rollenspiele im Allgemeinen. Ja, das ist eins der besten Rollenspiele aller Zeiten. Er sagt, Vanguard ist spektakulär, Bioware ist zurück, das ist die lauteste und stärkste Antwort, die Bioware hätte geben können, an allen, die an der Firma gezweifelt haben. Also, das ist mal ein Lob. Gehen wir mal als nächstes zu IGN Deutschland, fangen wir damit an. Und, da ist die Frage, man wird nicht gleich im Anlauftext verraten, eine epische Story, aber immerhin, aber auch ein gutes Rollenspiel. Kaum ein Test kommt da umhin, die Vorgeschichte, entweder überhaupt die lange Geschichte zwischen Inquisition und Valeguard aufzuzählen oder auch die Kontroverse oder zumindest die skeptische Meinung, die jetzt im Vorfeld da war. Deswegen können wir das ruhig ein bisschen überspringen. Und einfach mal hier zum Fazit gehen. So, was gibt IGA in Deutschland? Was gibt Elena Schult? Acht von zehn Punkten. Sie sagt, das ist ein episches Actionfeuerwerk, voller Gefühl, voller Momente, statt Entscheidungen und Taktik. Das ist aber auch ein bisschen, also, bei ihr sagt sie, Entscheidungen spielen keine große Rolle und auch die Taktik nicht, sondern eine vorab komponierte Story und wuchtige, actionreiche Kämpfe sind der Fokus. Wenn man sich darauf einlässt, bekommt man von Bioware eines der mitreißenden Rollenspiele der letzten Jahre. Und das deckt sich auch ein bisschen mit dem, was die meisten geschrieben haben. Die Games hat ja so ein bisschen auch die Taktik rausgestellt. Vielleicht hängt das aber auch vom Schwierigkeitsgrad ab. Vielleicht hat Heiko zum Beispiel ja gesagt hat, dass das durchaus taktisch fordernde Kämpfe sind, also mehr als Dragon Age 2, mehr als Inquisition und Richtung Origins hat es schon eher. Vielleicht hat er einfach einen hohen Schwierigkeitsgrad gespielt, wo das halt wirklich wichtiger ist, dass man mehr die Pausen nutzt, die Menüs, die Kombinationen und Synergien und so weiter. Und beim normalen Schwierigkeitsgrad ist das vielleicht nicht ganz so im Fokus. Insgesamt sagt sie auch, man kann 30, 40, 60 Stunden spielen, ohne dass jemals Langeweile aufkommt. Das trifft sich dann vielleicht auch mit dem von der PC Games, dass die Main Story irgendwie so 30, 40 Stunden geht und dann nach hinten raus, 60, 80 oder Games hat, glaube ich, geschrieben bis 100, wenn man alle Nebenaufgaben macht. Sie sagt trotzdem, es ist kein perfektes Spiel, deswegen hat er 8 von 10. Man findet unzählige kleine Macken, wenn man möchte, aber das Rollenspiel ist mehr als die Summe seiner Teile. Hat vor allem ein gutes Gefühl, wie bei den älteren Dragon Age-Teilen oder wie bei Mass Effect. Die Geschichte ist emotional, die Begleiterinnen wachsen uns ans Herz. Die Welt von Tedas macht uns neugierig. Man hat tiefschürfende Entscheidungen, äh, ohne tiefschürfende Entscheidungen. Und ohne ausgefallte Rollenspieltaktik, wie hat ihr gesagt schon, ist sie halt komplett investiert. Dann habe ich mal IGN USA genommen. IGN ist ja auf der ganzen Welt verbreitet. Die haben ja noch Japan und Frankreich und so weiter, aber die wollen wir nicht alle angucken. Ich fand Deutschland jetzt interessant. IGN USA gibt 9 von 10 und sagt, ja, Dragon Age of Aguard erfrischt und wiederbelebt die Serie mit halt einem wirklich spaßigen Action-Combat, einer fantastischen Reihe von Begleitern und gutem und bewegenden Charakter-Writing. Nach ihrer Aussage hat die Dragon Age Serie in den Mittelteilen, also Dragon Age 2 in Inquisition, so ein bisschen geschwächelt, aber jetzt ist es zurück und verdient seinen Platz im Rollenspiel Olymp. Auch das war eine starke Aussage. Das nächste Mass Effect wird es sehr, sehr schwer haben, Dragon Age the Vale Guard zu folgen. Und sie hätte vorher nicht gedacht, dass sie das mal sagen würde. Aber das Abenteuer hat sie eben so umgehauen. Der Action-Combat war toll, die Begleiter waren super mit ihren Story-Geschichten, die sie jeweils hatten, die hervorragenden Zwischensequenzen, auch das nuancierte, also wirklich detaillierte und feinfühlige und bewegende Charakter-Writing, die machen das Ganze noch besser und das ist einfach ein Triumph, wie Dragon Age hier zurückkommt. Und das Ganze endet dann schließlich in einem fantastischen Finale. Dann haben wir VGC. Jetzt kommen nur noch englische Reviews und ich habe noch ein paar negative rausgesucht, einfach um zu schauen, was die so sagen, nachdem wir wirklich insgesamt abgefeiert haben. Und insgesamt muss man ja sagen, die meisten Reviews bewegen sich in dem Bereich zwischen 8 von 10, 8,5 oder 9 von 10. Deswegen sind die negativen Reviews eher eine Randmeinung. Es ist schon wichtig, dass wir hier das nicht verfälschen. Aber ich finde es trotzdem interessant zu sehen, was die denn sagen, warum und was finden sie nicht gut und vielleicht ist das für mich relevant. Ganz interessant eben, VGC sagt, das hat starke Charaktere, also selbst Reviews, die nur 3 von 5 geben und das ist ja wirklich eine Wertung, benennen die starken Charaktere. Das macht viel Mut, weil starke Charaktere, gut geschriebene Charaktere sind absolut wichtig für mich. Aber das Gameplay hängt in der Vergangenheit fest. Das ist ganz interessant. Das wurde ja so oft gelobt, gerade das Action-Gameplay, dass das hier nicht so toll ist. Der Grund, warum sie es nicht so toll finden, ist, sagen sie, dass sich da viel wiederholt und dass es einfach ein bisschen nervig ist, ein bisschen ärgerlich. Und das ist anscheinend für sie an dieser Stelle doch ein wichtiger Punkt, der so zentral ist, weshalb sie am Ende nur 3 von 5 geben. Insgesamt haben sie das Gefühl, dass Vega zu wenige Sachen ausprobiert, zu wenig Mut hat und die Sachen, die es macht, macht es wirklich gut, zum Beispiel eben die guten Begleiter und auch die persönlichen Beziehungen mit denen. Aber das Gameplay ist veraltet. Und da sieht man hier nochmal den positiven Sachen, haben wir eben schon gesagt. Das sieht großartig aus. Die Character Creation ist best in class, also top, die beste Character Creation, die man haben kann. Das Missionsdesign ist langweilig. Das ist natürlich schade. Eine leblose Welt und einfache Puzzle. Getestet auf der PlayStation 5, 3 von 5. Das nächste ist von The Guardian, die eigentlich auch ganz gute Reviews haben. Ich mache nicht so häufig Reviews, aber wenn, finde ich eigentlich oft ganz interessant und kann mir da was rausziehen. Sie sagen, es ist ein gutes Rollenspiel, ein gutes, kein sehr gutes, aber eine unterwältigende oder enttäuschende Dragon Age Erfahrung oder ein Dragon Age Spiel. Auch sie sagen, dass der Combat nicht so richtig spaßig ist, der Kampf, das Gameplay, aber dass die Welt groß ist und wunderschön und aber das Writing inkonsistent ist. Das haben wir auch schon teilweise gehört, dass entweder das am Anfang ein bisschen braucht oder bestimmte Charaktere root geschrieben sind und andere Charaktere nicht so gut. Hier nochmal wird ein bisschen mehr eingegangen, was sie dann ja schon ausgesagt haben, angedeutet haben, so rum, dass unser Rook, unser eigener Held irgendwie nicht so richtig greifbar ist, dass man ihn nicht so richtig entwickeln kann, dass man nicht so richtig einen Charakter aus ihm machen kann, was ich tatsächlich einigermaßen schade finde, aber hier wird auch mal wenigstens erklärt, warum sich das so anfühlt. Also, erstmal ist der Rook mit der Held in diesem Spiel, weil keiner andere da ist, um das zu machen. Das klingt jetzt ein bisschen negativ, kann aber vielleicht auch ganz interessant sein, weil andererseits wollen wir ja nicht immer der Weltenretter sein, weil wir von Gott auserkoren wurden und hier stolpern ein bisschen zufällig rein. Beides kann funktionieren, ist aber die Frage, wie es geschrieben ist. Genau diesen Punkt sprechen sie auch an, dass es eben kein Auserwählter ist. Das Problem ist aber, dass er nicht viel Persönlichkeit hat hinter seinen so schnippischen Bemerkungen. Und das ist auch was, was ich ein bisschen befürchtet habe, das haben wir auch im GameStar-Test schon gesehen, dass der Humor ein bisschen von einem Fazitkasten ein bisschen kritisiert wurde. Hier wird gesagt, egal welche Dialogoption man wählt, viele davon enden unweigerlich in irgendeiner Art von Witz, einem kleinen Joke oder sogar in einer leicht peinlichen Popkultur-Referenz oder Idiom. Er sagt auch schon, Weigert ist jetzt nicht das Guardians of the Galaxy Jokefest, das viele vielleicht befürchtet haben, mich hier eingeschlossen. Das habe ich ja gesagt, dass das etwas ist, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache nach den ersten Trailern. Aber er sagt halt trotzdem, dass Rook jetzt nicht wie eine Person mit eigener Meinung geschrieben ist und einfach nur jemand, der halt immer so ein bisschen unbeteiligt an der Seite steht und immer so kleine Scherzchen nebenbei macht. Die zentrale Geschichte ist dabei der am wenigsten interessante Teil von Belgaard und das finde ich ein bisschen problematisch, die Aussage. Und ich finde, das lässt sich sogar vereinen mit den anderen Tests, die sie geschrieben haben. Es hat epische Momente und tolle Wendungen, weil das habe ich zu oft erlebt in letzter Zeit, dass meiner Meinung nach sich bestimmte Leute blenden lassen von Spektakel, von wilden Wendungen, von großen, unerwarteten Geschichten. Das heißt nicht, dass die Geschichte plötzlich besser ist. Sie kann dann mal überraschend sein oder überwältigen tatsächlich auch, aber ist sie dann wirklich gut? Und das ist halt hier, zumindest laut diesem Test, nicht der Fall, der am wenigsten interessante Teil. Und das, auch wenn zum Beispiel, wenn man die Mars-Effekt-Serie anschaut, zum Beispiel Mars-Effekt 1, das World-Building und die zentrale Geschichte, absolut sensationell. Der zweite Teil hat zum Beispiel die schwächste Hauptgeschichte, da die ganze Geschichte, also das, ich will auch nicht spoilern an dieser Stelle, aber die Hauptgeschichte war einigermaßen schwach, die schwächste in der Serie und hat ihre guten Momente, viele gute Sachen, aber auch einige Schwächen und da waren die Stärken, die Charaktere und die Begleiter. Und für mich klingt das so, als wäre das in Dragon Age The Way gerade ebenso, als wären die Begleiter ganz toll, wird immer wieder genannt, aber die Hauptgeschichte nicht so stark. Es gibt schlechtere Vorbilder als Mars-Effekt 2 auch vom Action-Ansatz, aber ich habe mir natürlich trotzdem gewünscht, dass es eine starke Hauptgeschichte hat, weil das meistens dann schon, auch wenn es Mars-Effekt 2 für mich so ein bisschen eine Ausnahme ist, doch eine große Rolle spielt. Dragon Age Origins hat auch eine tolle Hauptgeschichte und so weiter. Naja, ein paar Sachen werden noch über das Gameplay erzählt, wo es da gar nicht mal so sehr um den Kampf geht, sondern zum Beispiel um die Rätsel und das Erkunden. Und das ist auch, was wir schon durchaus in den Trailern gesehen haben. Er sagt, viele Quests ziehen einfach darauf ab, dass man irgendwelche Kristalle in irgendwelche Öffnungen steckt, um dann Tür aufzumachen oder irgendeine Verderbnis wegzumachen oder irgendwas anderes Fleischiges, Überwachsendes oder dann ein Monster zu bekämpfen. Er sagt, das ist nicht ganz ungewöhnlich für Dragon Age, aber insgesamt ist es halt dann noch ein bisschen zu abgenutzt und das hat ihn dann enttäuscht. Was das Spiel rettet, da habe ich eben schon über gesprochen mit Mass-Effekt 2, mit dem Vergleich, sind die Companions. Auch hier leider ist die Qualität des Writings sehr, sehr unterschiedlich. Very wildly. Also wirklich anscheinend von sehr gut bis sehr schlecht. Sonst würde man nicht very wildly sagen. aber es macht Spaß, die kennenzulernen. Der Necromance Emrich, der ist ein Beispiel für mich, den ich aus dem Trailer furchtbar finde. Vielleicht ändert sich das, wenn man das spielt. Der ist wirklich, kümmert er sich um die Toten. Die Kunari, Drachen, Jägerin oder Jäger, ich weiß es gar nicht, Tasch, ja, hat Fragen zur Identität und zum Gender. Dann haben wir mit den Romantic Options, also die möglichen Romanzen, das ist vielleicht ganz interessant, dass die von Anfang an nicht einen so wild anflirten, sondern dass das ein bisschen dauert. Eine Sache, die ja auch genannt wird, was auch schon vorher der Fall war, dass man so ein bisschen an die Hand genommen wird, das hatte ich auch schon woanders gelesen, ist gar nicht in dem Test, sondern in irgendeiner Preview, dass das Spiel mal sicher gehen will, dass man genau weiß, was man macht und so ein bisschen Geländer rechts und links aufbaut. Zum Beispiel, wenn man halt gerade irgendwie vielleicht am Flirten ist oder irgendeinen Gesprächsdialog hat, dass das Spiel nochmal sagt, so Achtung, du bist jetzt romantisch, möchtest du wirklich hier romantisch sein? Also, dass diese Einblendungen zu den Entscheidungen, zu Romanzen, zu solchen Geschichten ein bisschen die Immersion rausreißen. Aber ich finde es noch ärgerlicher, wie sich das Spiel verhält oder wie die Kameraden sich verhalten, wenn man zusammen eine Mission macht, wenn sie halt ein bisschen Smalltalk machen und das Ding für ihn so, wie zwei Leute die sich in der großen Firma halt bei der Büro Weihnachtsfeier treffen. So, du jagst Drachen, ich jage Monster. Und das ist halt bei weitem wohl nicht so gut wie der Banter, dieses Hin und Her bei Dragon Age Inquisition. Insgesamt gäbe es viel, was man bei Veigard mögen kann, aber er hat irgendwie viel zu oft versuchen müssen, an den Fehlern von Dragon Age Veigard vorbeizuschauen, sei es das repetitive Gameplay, die Geschichte, die nicht so richtig weiß, wo sie hin will und wie es am Ende alles zusammenbringen möchte. Und deswegen ist es schon irgendwie RPG, ein Rollenspiel, mit dem man Spaß haben kann, aber als ein Dragon Age Game ist es dann doch eine Enttäuschung und deswegen drei von fünf. VG 24-7 schreibt ähnlich ein kompetentes und auch ansprechendes Rollenspiel, das insgesamt aber weniger als die Summe seiner Teile ist. Das ist halt interessant, weil woanders war es genau das Gegenteil, weil da wurden ja auch einige Pluspunkte und auch einige Negativpunkte genannt und da hätte man von dem Endergebnis auch eher so drei von fünf erwartet, aber da wurde gesagt, es ist mehr als die Summe seiner Teile und deswegen war es dann irgendwie vier oder 83, halt vier von zehn oder viereinhalb von zehn. Insgesamt wird das Spiel hier als vollgepackt mit tollen Ideen genannt, die aber irgendwie es alle nicht aus dem ersten Gang rausschaffen. Das Skillsystem dabei ist eines der kleinteiligsten, interessantesten und spannendsten, die er in einem Actionrollenspiel in den letzten Jahren gesehen hat. Natürlich wird hier viel Kleinzeug beschrieben, wir wollen uns doch mal hier das Fazit angucken, wir sind ja schon eine ganze Weile hier drin. Seiner Meinung nach wird das die Spielerschaft spalten. Einige werden das als wirklich heldenhafte Rückkehr von Bioware sehen und dass es halt an die großen Hits anschließen kann, während andere die neue Richtung halt nicht begrüßen werden. Und da fällt er auch teilweise mit rein. Vor allem, weil er sagt, das Gesamtpaket formt irgendwie kein kohärentes Spiel. Es hat ein Herz, es hat eine Seele und es hat auch einige großartige Ideen, aber viele von den Ideen, die sie sonst noch haben, funktionieren irgendwie nicht so richtig. Und selbst die Ideen, die dann doch irgendwie zünden, können am Ende nicht so richtig glänzen. Und vor allem, manchmal selbst die Sachen, die funktionieren, werden dann von anderen Systemen wieder beeinträchtigt und unterminiert. Und das ist auch eine komische Mischung. Er sagt, einerseits fühlt es sich wirklich komplett poliert an und zu Ende gedacht und zu Ende optimiert. Übrigens hört man nichts über Bugs und irgendwelche sonstigen Probleme, was sehr angenehm ist. Und man muss auch an der Stelle mal loben, dass Bioware bei Dragon Age auf den Nuvo verzichtet, was wirklich eine schöne Entscheidung ist. Und auch von den ganz anderen drumherum-Versionen, die verkauft werden, sieht das alles sehr fair aus. Also das alles klappt ganz gut. Aber so viel ist Half-Baked-Sektor, so halb durchdacht, halt nicht zu Ende gedacht. Und das hat schon, er sagt jetzt hier im Fazit nicht so sehr, welche Sachen das sind. Dafür müssten wir mal den Test genauer lesen. Und tatsächlich habe ich den Text gelesen und muss sagen, irgendwie kann er das nicht so gut rüberbringen. Er hat so ein paar kleine Sachen, die er nicht mag. Er mag teilweise nicht, wie das animiert ist oder wie die Geschichte von den Charakteren erzählt wird. Aber er hat nicht so richtig gute Beispiele. Aber trotzdem fand ich das als Fazit mal ganz interessant hier. Dann haben wir Videogames bei Swimsuit, nee, Sports Illustrated, aber Swimsuit ist das, was man denkt. Sports Illustrated, das sind die mit dem Schwimmkalender immer. Hier hat man tatsächlich aber auch teilweise ganz interessante Reviews. Die landen am Ende auch bei 6 von 10, wo war das hier eben? 6 von 10 oder 3 von 5, wenn man das auf jeden Teil runterbricht, hier sieht man das. Und sie sagen, ja, es ist irgendwie ein bisschen hohl und klinisch fühlt sie es an. Was witzigerweise ganz anders als dieser Artikel ist, der von der Liebe spricht und von dem Herzen und der Seele, die das Spiel hat und hier eher hohl und klinisch und es hat kleine Anzeichen von Brillanz, aber das war es dann auch schon. Die exzellente Main Mission ist halt, also die Hauptquest ist anscheinend exzellent laut diesem und da sehen wir schon, dass manche ein bisschen verschiedene Schwerpunkte sehen und auch verschiedene Einschätzungen von bestimmten Sachen. Manchmal wurde jetzt das Gameplay gelobt, manchmal war es ein bisschen altbacken. Insgesamt wurde schon gesagt, dass die Hauptstory besser als die Nebenquests sind, aber ein Test hat ganz explizit gesagt, dass die Hauptstory der schwächste Teil ist und hier wird gesagt, das ist exzellent, aber alles andere zieht das Spiel praktisch runter. Insgesamt fand ich das Review aber sehr erhellend für mich persönlich. Kann natürlich auch sein, weil es meine Erwartungen ein bisschen widerspiegelt und bestätigt. Man fühlt sich natürlich mal gerne bestätigt. Gucken wir mal, was hier genau geschrieben wird. Also, es wird erstmal bei denen Hauptcharakter geschrieben, dass man den halt erstellen kann und wie man in den Gesprächen reagieren kann und dass da sehr viel Flavor drin ist. Also so, dass da sehr drauf eingegangen wird, wie man jemanden angesprochen hat, was man da genau gesagt wird. Aber anscheinend, das ist halt ein bisschen die Kritik, ist das halt aber eben tatsächlich recht oberflächlich. Das ist halt nicht tiefgehend, das ist nur Flavor. Was man bei der Charaktererstellung ausfällt, hat wohl schon einigen Einfluss auf das Spiel und das wird auch oft referenziert. Aber was man tatsächlich in den Dialogen sagt, das ist wohl nicht so wichtig. Da wird halt mal eine kleine Abbiegung rechts oder links genommen, aber es wird nicht wirklich die Welt oder die Quest oder auch die Beziehung mit so bestimmten Leuten davon wirklich beeinflusst. Sie sagen, es ist so eine Mischung aus Jack Sparrow und William Butcher von The Boys. Dann geht es kurz um die Geschichte von Veigard, aber überspringen wir das mal, das kennen wir ja alle. Der nächste Teil ist der, der mir ein bisschen Sorgen macht. Sie sagen, viele Dialoge in Veigard haben diesen sarkastischen, schnippischen Ton von den Marvel-Movies und der mag das halt nicht mehr. Ab und zu scheint dann wirklich exzellentes Writing durch, das der erreicht. Und das ist dann wirklich toll, aber es ist inkonsistent und selten, dass der andere Eindruck überwiegt. Gucken wir, dass es dann auf Deutsch ist. Ich weiß auch nicht, ob ich auf Englisch mit deutschen Untertiteln spiele oder ganz auf Deutsch oder wie auch immer. Entscheide ich mal noch wahrscheinlich eher auf Deutsch. Aber hier werden so ein paar Beispiele gebracht, die dann halt sehr kontemporär klingen und dann vielleicht in der Fantasy-Welt nicht reinpassen. Da muss ich aber auch sagen, das kann ganz unterschiedlich aufgefasst werden, je nachdem, was man selber für eine Sprache verwendet, welche Bücher man liest oder welche Medien man konsumiert. Ich kann ein bisschen verstehen, was das kommt, wo das herkommt, aber ich bin wirklich über dieses immer Lustige, immer ein bisschen Sarkastische. Dabei mache ich mehr Sorgen, als wenn sie vielleicht ein, zwei Worte benutzen, die ich jetzt vielleicht in einem Fantasy-Rollenspiel eher nicht erwarten würde. Er spricht dann hier an, wie einfach sein Erlebnis durch das Spiel war und durch den Spielverlauf und in den besten Momenten kann Bale Guard absolut an die Höhepunkte von BioWare anschließen. Das Spektakel in einigen Hauptmissionen ist selber noch größer als die Mars-Effekt-3-Apokalypse, die am Ende stattfand, aber die Tiefschläge und die Täler sind halt so häufig und immer so regelmäßig über die gesamte Erfahrung verteilt, dass er das dann nicht so genießen konnte. Wenn wir ein bisschen über das Gegner-Design gesprochen, was irgendwie teilweise uninteressant ist und auch, dass die oft nur so HP-Sponges sind, auf denen man rumprügelt, das Kampfsystem insgesamt wird hier schon ein bisschen gelobt, dass man auch mit den Skill-Trees da viel rumtun kann und insgesamt hat er einfach nicht viel Spaß mit den Kämpfen gehabt. Man kann ausweichen, parieren, man kann Nahkampf und Fernkampf machen, man kann die Deckung durchbrechen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber es ist irgendwie so viel los von Klatter, visuellen Klatter, vom Interface, aber auch von den Effekten, was manchmal schwierig ist, genau zu sagen, was da los ist. Also die Readability von den Kämpfen ist scheiße und das macht den Kampf jetzt nicht schwierig, es macht den nur nervig. Heilung spielt keine große Rolle, das wird nur über Potions hier gemacht und dann gibt es Outside of Combat gibt es halt awful Puzzles, also wirklich furchtbare Puzzle anscheinend, die nur dafür da sind, die Laufzeit zu verlängern. Auch hier werden nochmal die Kristallpuzzle erwähnt, die man zerhauen muss, die richtigen Kristalle in die richtige Öffnung stecken, woanders hintragen und so weiter. Das klingt tatsächlich nicht so spannend. Insgesamt aber ein sehr polites Game, das haben wir ja woanders auch schon gehört, kaum Bugs, die auftreten, aber es gibt ein paar Sachen, die ihn stören, zum Beispiel, dass die Sidequests irgendwie ein bisschen verwirrend sind, dass man auch nicht weiß, für welche Level die sind, ob man unter- oder überlevelt ist, ob man die überhaupt machen soll. Das sind auch wirklich ein paar kleine Sachen, die er hier im Großen und Ganzen nochmal aufzieht. Das kann man wirklich machen, wenn man das nochmal lesen möchte. Dann erfährt man die ganzen Details. Insgesamt sind es halt sechs von zehn. Das Fazit ist, es gibt Momente, wo das Bioware das beste Spiel ist, aber dazwischen ist es das halt einfach nicht. Man soll halt den Side-Content überspringen. Die Main-Quest ist tatsächlich brillant und das Problem ist, er will empfehlen, dass man die Side-Quest nicht macht und nur die Haupt-Quest, aber dann wird man in der finalen Mission bestraft dafür. Und deswegen, also zu einem gewissen Grad ist man dazu gezwungen, hat keine Wahl, als halt die Combats und die Side-Quest mitzunehmen, die er dann persönlich nicht so spannend fand. Und abseits von den Begleitern, die man hat, vermisst er interessante NPCs, die in einem Rollenspiel wichtig sind, dass die moralischen Dilemma bei den Entscheidungen anscheinend auch nicht wirklich vorhanden sind, dass der Charakter, den er am Anfang kreiert hat, dass der interessant ist, aber dass der nachher sich nicht groß weiterentwickelt hat. Und für ihn ist das eben keine Rückkehr, sondern die wiederbelebte Leiche von einem Studio, was früher mal gut war. Und das ist ja meine ganz andere Aussage, als wir sie gerade am Anfang gehört haben. So, und jetzt am Ende noch meine komplett faktenlose Einschätzung, weil ich habe es immer noch nicht selber gespielt. Ich werde noch warten müssen, bis ich dann loslege und bis ihr auch von mir seht, was kommt. Wenn ich das so lese und ich die verschiedenen Punkte abwege, die genannt wurden, und auch gucke, welche für mich relevant sind. Vorher hätte ich gedacht, dass Dragon Age vielleicht für mich eine 6 von 10 wird. Nach diesem Test erwarte ich persönlich für mich eine 7 von 10. Das ist meine Erwartung. Ob das zutreffen wird? Mal schauen. 7 von 10 ist jetzt keine Katastrophe. Das ist ein solides Spiel. Starfield zum Beispiel ist für mich eine 5 von 10 oder vielleicht eine 6 von 10 an einem guten Tag. Wenn ich eine 7 von 10 erwarte, ist das ein gutes Spiel. Meine Wertung ist praktisch 10, das ist fantastisch. 9 ist sehr, sehr gut. 8 ist wirklich ein gutes Spiel. Und 7 ist solide. Und ich erwarte hier ein solides Spiel. Ich glaube, dass das Kampfsystem besser ist, als ich erwarte und als es in den ersten Trailern aussah. Dass man viele von den Effekten, die mich nerven, deaktivieren kann. Und dass ich da vielleicht einen guten Bild finde, der mir Spaß macht. Und dass es auch durchaus taktisch etwas anspruchsvoll ist. und ich ein bisschen drüber nachdenken kann, welchen Bild ich machen möchte. Ich glaube, dass anscheinend ich zumindest einige Companions finden werde, die mir gut gefallen werden. Ich habe auch schon das Gefühl, dass mir einige überhaupt nicht gefallen werden. Mal gucken, ob sie mich positiv überraschen. Das ist der andere Positive. Und ich glaube auch, dass es einige cool Elemente in der Hauptquest geben wird. Wo bin ich noch skeptisch? Ich finde immer noch, dass die Ästhetik und die Optik gefällt mir nicht. Dieses Hektische und da geht es nicht nur um Geschwindigkeit oder solche Sachen, sondern einfach dieses überdrehte Kampfsystem, wo die ja fünf Saltos macht und hin und her rutscht und so. Das finde ich auch ästhetisch einfach nicht ansprechen. Das würde mir, glaube ich, auch von der Ästhetik einfach nicht gefallen. Was selbst in den lobenden Tests angesprochen wurde, dass das Spiel lange braucht, bis es gut wird. Mal gucken, ob es dann nachher drei, fünf, zehn oder 15 Stunden sind. Hoffentlich nicht allzu lange, bevor man da richtig reinkommt. Das finde ich schon ein bisschen schade. Die Nebenquests sollen nicht gut sein. Das Writing soll stark variieren, was schade ist. Ich hoffe dann auf die guten Sachen, dass sie mich durchziehen und die Nebenquests auch eher nicht so eine gute Qualität haben, während die Hauptquest von den meisten eigentlich sehr gelobt wird. Genauso wie eben die Companions. Ich erwarte mir tatsächlich von der Hauptgeschichte nicht allzu viel. Ich erwarte vielleicht, dass die Quest oder dass das Erlebnis ganz cool wird. Mal gucken, ob mich das aber auch emotional so mitnimmt, die Hauptgeschichte. Bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber durchaus ein bisschen positiver an der Stelle erst mal. Wir können einmal refreshen, ob sich was geändert hat. Guckst, wie er besser geworden. 80, 84, 93. Also, das ist schon so. Insgesamt, wenn man alles zusammennimmt, auf jeden Fall im mittleren 80er-Bereich. 79 positiv, 17 mixed, null negativ. Insgesamt sieht das so aus, als würde das Spiel besser werden, als ich befürchtet habe. Ich glaube trotzdem nicht, dass es so gut wird, wie ich mir erhofft habe, wie ich erstmal allgemein von dem Dragon Age Spiel erhofft hätte und wie ich mir vielleicht auch noch irgendwie erhofft habe, dass es dann doch wird. Da sind die Kritikpunkte genannt worden. Das sind genau die Sachen, die mich dann teilweise auch stören bei einem Rollenspiel gerade. Mal gucken. Wie gesagt, meine Erwartung ist 7 von 10. Ich bin sehr gespannt, was sich da am Ende rausstellt, ob das zutrifft. Ja, guckt, denke ich mal, einfach ganz gerne rein, wenn ihr einen ehrlichen und, ich will nicht mal richtig sagen, skeptischen Blick, sondern einfach von jemandem, der sich überraschen lassen will und ihr habt da einfach meine Meinung gehört. Wenn ihr da gerne mal reinschauen wollt, wie ich das Spiel wahrnehme und ob das vielleicht euch auch gefällt, denke ich, könnte sich da ein Blick in mein Let's Play lohnen, was dann auch demnächst startet. Ansonsten erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.